Schließt eure Augen. Die Augen können euch täuschen. Traut ihnen nicht. Sagt mir, was euch in den Sinn kommt. Leben. Gleichgewicht. Ich sehe Feuer. Jemand tötet Jedi. Das kann nicht sein. Was ist passiert? Ich habe Dunkelheit gespürt. Dir geht es nicht um Gut oder Böse. Es geht um Macht. Und wem es erlaubt es, sie zu nutzen. Was ist das? Ich habe Dunkelheit gespürt. Ich habe Dunkelheit gespürt.